Also sagt er, macht er gut, macht er gut. Jetzt hat sie es, das Tor! Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Gar nichts, das ist nicht das Spiel des Torhüters. Unfassbar schlechte Leistung, ganz klar. Also hier nochmal deutlich zu erkennen, damit konnte ja überhaupt niemand rechnen, dass er da abzieht. Was für eine Distanz! Was für eine Distanz! Was für eine Distanz! Was für eine Distanz!